hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von youtubers live wie ihr sehen könnt es gibt ein halloween special ich bin mal gespannt wie sich das auf das spiel auswirkt ja machen wir einfach mal fortsetzen so mein computer ist kaputt schauen wir mal ob wir ihn reparieren können was macht er jetzt schade ja zumindest ist der computer jetzt mal repariert der bug mit dem anklicken scheint noch nicht behoben zu sein was das ganze jetzt nicht unbedingt einfacher macht aber zumindest können wir jetzt wieder ein musikvideo erstellen was macht er hier ich sage neues musikvideo und er bucht 20 dollar es gibt interessantes essen jetzt geht's wieder mit dem klicken oh die bilder sind neu okay ich weiß nicht genau was jetzt passiert ist lernen nein nein nicht lernen ich habe genug gelernt hier finde ich auch irgendwie ist es gerade ein ganz komischer effekt hier mit den mäusen immerhin kann ich jetzt ein musikvideo wieder machen das ist schon mal viel wert das war elektro nehmen wir mal die akustik gitarre dazu sehr mysteriös da habe ich leider keine passende karte schau mal wieder schauen wir mal was jetzt kommt äh die hier passt so irgendwie macht das spiel im moment komische sachen was ich etwas irritierend finde ich weiß nicht so genau was passiert wenn ich auf irgendein symbol klick meistens leider nicht das was man erwartet ich will ja auch nicht lernen ich will arbeiten wieso kann ich nicht arbeiten aber essen kann ich das ist schon mal wieder viel wert dass wir zumindest das können äh du hast bei deiner community endgültig versagt nein mein pc ist schon wieder kaputt schönes wetter ich bin mir nicht sicher ob ich rausgehen soll oder hier bleiben will machen wir ein neues musikvideo dann wird unser pc repariert äh ja ich glaube da fällt einem nicht viel zu ein ich will nicht ich bin ich bin nicht satt warum eigentlich nicht ich will nicht schon wieder essen ich will nicht wissen mhm einkaufen einkaufen funktioniert so superfood dann können wir nicht mal diese ganzen feinen sachen hier so was können wir mal kaufen und dann noch einen ordinären salat dazu ein krass wagen ist voll jetzt mangelt ist natürlich etwas an kohle dann machen wir das mal anders 16 dann kaufen wir jetzt erstmal nur das so und können gleich ein neues musikvideo machen doch nicht einkaufen musik sammlung öffnen das macht keinen spaß leute ich klicke hier auf musik sammlung öffnen das ist ja jetzt eindeutig größer markiert oder und er geht einkaufen ok wenn ich chattet dann funktioniert sehr interessante logik haben wir noch irgendwelche angesagten songs nein aber auch kein geld um andere zu kaufen das war reggae machen wir nochmal ein cover reggae mit der akustik gitarre das kam glaube ich immer ganz gut an genug gechattet was ist da noch ziemlich verbaut daher hätten sie lieber das halloween special etwas gelassen und ähm die bugs rausgemacht hab ich leider keinen passenden ähm da können wir den verwenden ähm winkende verabschiedung ok aber nicht gut so dass hier dann können wir das verwenden dann brauchen wir das das gibt zwar keine punkte aber es sichert uns zumindest hier den übergang und dann den hier titel weicher fokus rendern interesse ist 32 ok so vielleicht sollten wir auch chatten ach ich kann jetzt nicht chatten sowas doofes und wenn ich chatte scheint es ja zu funkt scheinen ja die klicks zu funktionieren aber ich könnte mich schlafen liegen und ich könnte was essen das funktioniert jetzt ähm gönnen wir uns mal eine eis zu oh müdigkeit hebt sie wird verbessert und okay das heißt ich kann mich auch wach essen hm hm okay ich werde dir das lieb schicken wenn ich zu hause bin so wenn ich jetzt chatte müsste ich doch arbeiten können oder nein dann würde er lernen ist das kompliziert öffnen ich klicke auf öffnen und es will einfach nicht chatten wir mal chatten wir mal chatten hilft ja oftmals kinders wie stellt ihr euch das vor dass ich hier ein paket öffne ja ähm wenn das nicht funktioniert hm ja dann bleibt mir glaube ich nicht ganz viel anderes übrig als ähm diese folge zu beenden und zu hoffen dass das fehler behoben ist beim nächsten mal ich sage dann schon mal vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen und ihr seid auch das nächste mal wieder dabei wenn wir dann hoffentlich auch unser paket hier öffnen können in diesem sinne tschüss bis zum nächsten mal